Stehen wir immer noch hier. Nach drei Jahren sind immer noch hunderte, tausende von Jugendlichen und Menschen aus der ganzen Welt unterwegs, um sich für das Klima einzusetzen. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, als die ersten Demos hier in Deutschland waren, ungefähr Dezember 2008, und die meisten Erwachsenen, Orten, die zu uns jungen Menschen gesagt haben, naja, mach mal, es verfliegt sich bestimmt wieder, es legt sich, drei Jahre ist es her. Und immer noch stehen wir hier, mindestens genauso gut, nein, sogar besser, engagierter und stärker als je zuvor. Wir sind laut und wir sind hier. Und das wird sich auch so lange nicht ändern, bis die Politik etwas macht. Der Name von dem Weg sind Frank-Peter Thunberg. Jeder kennt sie, für viele ein Idol, ein Vorbild, der Creed könnte man sagen. Aber sie hat uns ein was Fundamentales gezeigt, dass auch wir jungen Menschen etwas bewegen können, dass auch wir jungen Menschen laut sein sollten, uns engagieren sollten, damit unsere Ziele, unsere, ja, Forderungen gehört werden. Und das hat auch seinen guten Grund. Die Missstände, die wir vor drei Jahren erwähnt haben und angesprochen haben, haben wir immer noch. Wir werden kaum schlecht ausgebaut, wenige Anbindungen, vor allem im öffentlichen und ländlichen Raum. Reise, die sie Jugendliche, die wir teilweise nicht leisten können, Reisezeiten, die viel zu lang sind, um flexibel und klimafreundlich durch Deutschland und die Welt zu reisen. Aber auch Dinge wie Konsum haben sich nicht verändert. Wenn selbst große Unternehmen, die all diesen entscheiden, weniger Billigfleisch rauszulegen und zu verkaufen, dann frage ich mich, was die Politik überhaupt gemacht hat. Wo war denn die Bundeslandwirtschaftsministerin die letzten vier Jahre? Außer...